DROP IT Hallo und herzlich willkommen zu Let's Gammel Wir spielen heute ein bisschen Minigolf mit äh mit dem Florian und mir dem Alexis Hallo Alexis ist dran Oh äh Wir hatten Wir hatten zwar vorher was anderes Also wir hatten sag ich mal noch nichts zum Let's Gammel machen Aber 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 Gut an hier Aber es musste jetzt schnell sein Wir haben Freitag und wir brauchten ein Video Ja was auch schnell Weil wir wollen euch Und so Wir wollten euch jetzt nicht nochmal ohne wir stehen lassen Und deswegen haben wir das gemacht Das ist irgendwie witzig finde ich immer So ein Game, so ein Browser Game Oh jetzt ist diesmal nicht dabei Inkompetente Junge Hatte hat keine Lust gehabt Wir haben Moritz zwar gesagt wir nehmen auf Aber er meinte jetzt im Chinesen gehen zu müssen Passiert 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 nicht Alter ist das scheiße Wir haben schon viel zu viele Schläge Ja genau Du bist einfach nur schlecht Ja genau Hat ja schon mal jemand gesagt Schau mal wie ich das mit Gefühl mache hier Der wird nämlich langsam voran Nein 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 Oh mein Gott Oh mein Gott Okay noch weniger nehmen Okay noch weniger nehmen Ja richtig Ah geht doch Erste Runde geschafft Okay BTF Ich führe Ja genau Ja Ja danke Ach scheiße Jetzt mal auf die Punkte Ist mir nicht so wichtig Heute nehmen wir auch nur auf ein Bildschirm auf weil man das Spiel eigentlich nicht auf zwei aufnehmen muss Ich seh ja dein Ball, also reicht das ja. Eben. Nein. Nein, nein, nein. Mein Gott. Ich glaube, es geht bis zu elf Schläge, dann ist mal raus. Alter, bin ich schlägt. Das ist ja schon gerade vierten Schläge gemacht. Oh ja. Ja, dann weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie du das eingestellt hast. Ja. Du hast so viele Schläge wie, aber irgendwann gibt es Minuspunkte. Irgendwann gibt es Minuspunkte. Ja, ich bin hier voll der Minigolf Online Pro. Okay, ich mache jetzt mit ganz viel Gefühl. Ganz viel. Ja, mach mal. Ja, mach mal. So wie ich. Nein. Klappt sehr gut. Karte am Freitag, also wenn ihr mir jetzt gerade Freitag auf. Ich habe heute den ganzen Tag über von 15 Uhr ein neues Forum-Design gemacht. Guckt einfach mal drauf. Clownlakes.de Voll leicht und so. Ja, äh. Würfel war jetzt die Lache. Weiß ich nicht. Lol. Jetzt durfte ich nicht zu Ende spielen. Oh, ich bin so gut. Ich habe jetzt schon 30. Wie lange nehmen wir schon auf? 3 Minuten 40. Das ist geil bei Camtasia. Ich muss Camtasia jetzt nehmen anstatt Fraps. Damit ich nur diesen Teil von Rastrap aufnehme. Wieso? Was? Erzähl, wieso. Weil. Weil bei Magix. Bei Magic. Magic wollte das nicht aufnehmen. Ja, du redest gerade von Magic. Ich meine, nochmal Fraps. Ja, ich. Achso, ja. Oder so. Bei Magic gibt es eigentlich auch noch zu tun, aber die habe ich noch nicht entdeckt, wie die geht. Und deswegen gesagt, warum mit dem Camtasia die Tage kostenlos ist. Ja, ich finde, ich weiß auch nicht, ob das heute 30 Minuten lang wird, weil das hier glaube ich jetzt nicht wirklich unterhaltsam ist. Mal gucken. Ja, ich glaube, das macht nur mit 20 Bier Spaß. Egal. Nee, ich dachte, es wäre so eine coole, um in Bande zu spielen, aber nein. Ja, richtig. Oh mein Gott. Ich sag dir, das Bier macht erst mit 20 Bier Spaß. Sagt ich jetzt, das Bier macht erst mit 20 Bier Spaß. Ja. Sagtest du. Okay. Ich glaube, ich gewinne hier das Schöne. Es ist eher so ein ganz leichtes für mich gerade und das jetzt hier gerade. Guckt euch das an. So macht man die Mauer kaputt. Ja, wirst du jetzt auch mal... Da werde ich gleich nicht durchkommen. Du bist auch schlecht, ey. Du hast kein Gefühl, ne? Aber du... Hä, was ich? Ja, werf jetzt hier und hat kein Gefühl. Puh, jetzt habe ich mich selbst gedisst. Ja, lol. Was ist das denn, Alter? Ich habe dich gar nicht berührt bei mir. Ein bisschen schwach gewesen. Ich werde auf jeden Fall Musik hier hintersetzen. Hier hintersetzen, weil... Was ist denn für Musik? Irgendwelche. Ich muss noch gucken. Meine Schwuckelmusik. Ja, meine Schwuckelmugga. Machst du Pokémon Musik? Guck mal, ich schaff's beim zweiten Mal. Aber es ist so schlechter. Ja, ich habe auf dich gewartet. Du Wixer! Nein! Oh mein Gott, Alter. Boah, das war mies. Oh mein Gott. Wie gemein, Alter. Oh, wie er sich freut. Das ist übelst gemein, Alter. Wie gemein, ich bin. Böse. Oh mein Gott, Alter, Alter, was ist denn da los? Ja, so spielt man hier Bälle. Das war jetzt Double Fail halt hier. Mach doch mal. Ich wollte nochmal zurückspielen gerade. Ich glaube, wir haben 20 Schläger bestellt oder so. Oder 16. Ach, wo soll man denn hin? Oh mein Gott. Das ist fucking Mann. Was? Ja, richtig. Oh lol, dahinten ist Sand. Ich schaff's gerade aus, Mann. Boah, wie schnell der auf dem Weißen ist. Was ist das denn? Wie zäh denn, denke ich mehr. Nein! Jetzt habe ich's verkackt. Jetzt mache ich wieder 16. Boah. Alter, bin ich schlicht. Nein! Ich mache hier die Punkte, die Punkte, die Punkte, und gewinne, gewinne, gewinne. Alex, das ist ja sehr peinlich zu sehen, Mann. Hol dir 30 plus 30 coins für 2,99 per SMS. Boah. Ja, geh auch nochmal da rein. Ja, richtig. Okay, Konzentration. Konzentration. Boah. Oh, nächstes Level. Wart mal. Wie? Wo? Was? Wo bin ich denn? Hast du mich weggekickt? Wo bist du? Ich bin hier im Mittelteil. Ja, ich bin noch nie hinter dir, also. Auf dir. Also unter dir. Wie geht's denn hier weiter? So. Ja, hör auf dich zu bewegen. Ich glaube, ich nehme lieber diese Seite. Ja. Ja, das war die bessere Wahl. Was geht denn da um? Das war die bessere Wahl. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist geil, das ist geil. Nein, einmal noch, komm. Schade. Was musst du denn da machen? Was? Du musst dich vorarbeiten. Haha, mal viel schneller. What the f... Das war meine schnellste Runde. Denkst du, Alter, ich baue nicht dich noch. Guck mal, wie langsam du schon ein bisschen bist. Ja, Junge, was ist das denn scheiß bei mir? Du hast hier üblich... Glück... Was? Und war trotzdem. Hahaha, und war trotzdem. Na, jetzt bin ich näher dran. Nice. Hallo, bleib doch stehen. Ist das Eis oder was? Ja, was ist das denn? Haha, guck dir das an, Alter. Du bist vom Cheat, Alter. Nice. So, jetzt kann ich dir zugucken. Knall diese Schlampen. Ja. 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 Aber jetzt geht's. Nein. Willst du mich verarschen, Alter? Ja, da könntest du jetzt durch. Oh. 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 Da kann man nicht durch in der Mitte. Oh. Soll ich mal unseren TS zeigen? Dann? Das finde ich cool. Ach, das ist blau. Ach so, da darfst du nicht rein. Das ist ja dieses AIDS oder so, wie man das nennt. Oh, Gott, wie... Wie ich das das erste Mal reingekriegt hätte. Oder auch nicht. Junge, du hast null Talent drin. Komm. Alter, wie knapp! Bleib. Bleib. Scheiße. Fick ich! Nein. Oh, nice. Oh. Aggression! Aha. Ich mach dich fertig, Alter. Er macht mich so fertig. Aber jetzt macht das auch so. Erst dachte er so auf Skills, aber dann hat ihm meine Methode wohl besser gefallen. Jetzt sagt er, guck. Ja. Guck. Jetzt sagt er, Nika. So, warum soll ich was sagen? Ich bin immer noch. Wo sind wir denn? Ach, da oben. Oh, oh. Talent, wo ich bin? Ich dachte... Ach so, wenn man da unten reingeht, dann kommt man wieder da oben raus. Ach so, okay. Danke. Bitte. Was wird das denn? Ja, ja. Und das war ja wirklich. Du legst es hier vor, das Talent. Oh, nee. Nicht Eis. Nein! Wo bin ich? Oh, Mann. Du bist... Oh, Mann. Das war echt bitter, Junge. Er kommt genau unten in das Geld. Oh, Mann. Oh, mein Gott. Scheiße, warte. Okay. Oh, oh, Talent. Also, jetzt wird es mir aber hier... Nein, 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 nein. Zurtein, das gibt dir voll die Vorteile. Moment. Okay. Okay. Boah, mein Einfallswinkel kriegt Ausfallswinkel. Aber die nicht... Okay. Einfalls... Ein- und Ausfallswinkel kannst du dir hier schenken, das gibt es nicht. Was passiert? Hä? Warum gehen wir denn jetzt diesen Gang hier entlang? Fissen wir. Was? Ah, okay. Was war das denn, Alter? Ja, Skillermäßig, ne? Skillermäßig. Dass ich nicht lache. Du kannst übelst in der Mitte durchbratzen, Alexis macht es nicht. Skillermäßig. Na, hier sollte man vorsichtig sein. Jetzt wird er bestimmt mutig. Was wird er? Jetzt wird er mit... Du bist dran. Null. Scheiße. Er profitiert hier schon so. Ach. Sehr mutig. Was wir tun. Ich hab meine Maus nicht gesehen. Ja, jetzt hat er die Maus nicht gesehen. Ich hab 16 Schläge voll. Loll. Wieso hast du denn einen weniger? Das geht doch gar nicht. Das geht doch nicht. Oh, schade. Der Bolski. Oh, danke, Junge. Bitte. Oh, Skillermäßig. Der kann es immer sehen. Ich glaube, der passt hier am Rand nicht vorbei. Oh. Jetzt geht es aber hier los. Bäm. Wo ist der Startweg? Wie lange nehmen wir schon auf? 16. Ne, 17. Sei immer nicht so motiviert. Bäm, Junge. Ah, wie er dachte. Bleib. Ja, okay. Da kann er auch hin. Ja, das ist sogar besser. Ja, genau. Wie ich da gar nicht hin wollte. Oh ja, total besser. Man sieht das ordentlich. Ja, ist doch gut. Ich bin immer näher an dem blauen Punkt. Ne, ich verreuss. Genial. Warte, wo kann ich denn nehmen? Dieser Punkt ist im Weg. Ich geh auch nichts mehr allein nehmen. Ja. Bitte. Bitte. Jetzt freut er sich nicht mehr so sehr. Alter, du bist so ein Spaß. Ich glaube, hier geht es nicht um mich zu holen, sondern den anderen nur das Leben schwer zu machen. Wie geil. Ja. Was ich tue. Manchmal bist du echt nett. Manchmal, ich bin immer nett, Alter. Ich hab auch nicht so einen Scheiß über mich, ja? Was? Boah. Oh mein Gott, das war ein gezielter Nachmacher. Nein, der war zu weit. Jetzt zieht er durch. Boah, ganz knapp, ganz knapp. Das war so knapp, Alter. Ich hätte lieber nochmal den Auswahlwinkel und Einfallswinkel berechnen sollen. Oh nein, du hättest fast die Führung ausbauen können, ne? Also, was ich auch immer da gerade labert, du weißt, was ich meine. Junge, du hast immer noch elf Punkte oder so. Acht Punkte vor mir. Bist du mir jetzt verarschen. Bist du mir jetzt verarschen. Loll. Loll. Nach da unten, glaub ich. Hier. Da. Ah. Ungefähr. Scheiße. Ja. Ja. Scheiße. Hey. Lol. Boah. Hey, da kommt man nicht rein. Ach, über die Pfeile. Also über die grünen Pfeile. Sind da Dicken frei? Ich glaub schon. Da sind... Was? Ja. Guck. Hey, wie geht's denn dann weiter? Hä? Ja, da hinten. Wie hinsen die Pfeilen raus? Achso, da. Achso, da. Achso. 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 Jetzt hab ich dir schon wieder zu sehr geholfen? Nee. Ja. Oder so? Achso, das geht's, Alter. Wenn man davon genug hat, ne? Naa. Ohohohoho. Achso, du kommst, immer ein Stück machen. Wenn man davon genug hat, dann spielt man dieses Spiel gechillt. Und ich so wie, um so'n Sieg. Jetzt kommt der Ombar voll durch. Fick dich, Alter. Was war das jetzt? Rusche? Russisch? Ja, das war polnisch. Polnisch. Jetzt, Alter! Was? Alter. Oh mein Gott, ja. Wie er extra langsamer und dann trotzdem verkackt. Äh, das war Felix's. Was passiert denn, wenn ich ins Blaue gehe? Achso. Das ist aber mies hier. Ach du! Ah, okay. Boah, ich geh erst ins andere, ey. Das ist leichter. Das ging... Ich komm doch nicht rein. Wie bist du denn da reingekommen? Mit Gefühl. Ja, du mit deinem Gefühl, Alter. Bei den Frauen hast du nie Gefühl. Ja, die kann man ja auch einfach hart anpacken. Na, was? Das ist ein Skiller-Level, das werde ich nicht schaffen. Wie geil, Alter. Das ist ein Skiller-Level, das werde ich nicht schaffen. Wie geil, Alter. Das ist ein Skiller-Level, das werde ich nicht schaffen. Alter, man darf ja gar keinen Fehler machen. Nein! Ja, gar kein Fehler. Ich komm ja niemals bis da drüben hin. Scheiße. Hä, hä, hä! Hä, 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 hä! Fick' dich, Alter! Was soll der Schein sein? Hä, 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 hä! Du kleiner Schoss, Alter! Geh dich doch mal schießen, Mann! Ah, genial! Ach, okay. Ey! Was? Das Spiel ist Lame. Also das Level war Lame. Ich wollte schon sagen. Spielen ist Lame, das geht ja mal nicht. Hey, da darf man nicht rein. Ach man, oh mein Gott. Oh mein Gott. Man muss oben drüber spielen. Nein, man muss da her, wo ich grad hingegangen bin. Das geht doch nicht. Wie soll das denn gehen? Ja, ich glaub, wenn die Profits kommen, sollten wir mal lieber aufhören, weil... So hard für uns. Oh, es geht doch einigermaßen. Nee, man sieht's. Das ist scheiße. Das Spiel ist gut, da vorne vier zu drücken. Nein, jetzt bin ich wieder bald. Okay, jetzt sollen wir aufhören, Alex, wir werten. Nee, noch nicht. Er will noch schön. Drück mal unten, Bahn überspringen. Ich hab Bock auf die Bahn. Okay. Ja, das ist doch... Oh, so hard. Skills braucht man dafür. Hä? Ach, die Mitte ist... Da, guck. Hast du gesehen? Nein, nein. Was ist die Mitte? Die Mitte zieht einen an. Da ist mir jetzt aber viele Punkte geschenkt. Ja! 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 Nein! 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 Alter, mach doch mal mit Gefühl jetzt hier. Ja. Ja. Er hört mich noch nicht. Okay. Ja, dieser eine Punkt jetzt hier. Alter, du bist doch so richtig griechen-like, Alter. Drück mal unten, Bahn überspringen, Alter. Ja, diesmal. Wenn du mir so kommst, hab ich gar keinen Bock daraus. Was ist das denn? KSM ist das. Kasten... Kasten... Sadomasum. Kasten Sadomasum. Okay. Kasten Sadomasum. Ja, ja, ja. So sieht's aus, Alexis. Fick dich. Oh! So skillily. Ah, ich hab keinen Bock mehr. Komm, lass... Hallo. Das kannst du unseren Zufall nicht antun. Hallo. Ja, okay, okay. Wir können das dir nicht antun. Hallo, das letzte Mal. Skilla. 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 Okay, jetzt wird er. Jetzt wird er sogar noch frech hier. Oh gut. Jetzt sagt er nichts. Ja! Was soll ich denn sagen? Ja, Junge, hier. Skilla-mäßig, ne? Hab ich doch gemacht, Skilla-mäßig. Ach schade, ich dachte. Ich kann nicht wieder zurückschießen. Wie soll das denn ohne Gefühl gehen? Hehehe. 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 Ich stets. Immer wieder verweichlich. Danke. Ne, so gut war es doch nicht. Dann musst du dich. Dann musst du dich. Glaubst du? Ja, glaube ich. Ja, guck mal, jetzt mit dem M. Oh, das war jetzt schlecht, Alex. Jetzt fliegst du zurück und rams mich. Hehehe. Hehehe. Ach du Wichser. Jetzt bin ich der Wichser. Hehehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du fühlst viel Weicheier. Wie bist du denn? Ich merke mir sicher nicht. Ach jetzt hör doch mal auf, ey. Hehehe. 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 Boah. Jetzt rammt er mich schon wieder. Guck dir das an. Was für ein Schweinehund. Hehehe. Hehehe. Ja, sei zufrieden, ey. Ich hatte keinen Bock mehr auf dich. Oh mein Gott. Hehehe. Aber wohin, ne? Ja, aber da hatte ich noch nicht die Erfahrung. Jetzt hast du die Erfahrung. Also, richtig Erfahrung. Oh. Ja, richtig. Alter, lass mich doch noch. Ich krieg keine Punkte. Das ist schon bitte. Warum darfst du überhaupt immer anfangen? Weil ich's kann. Ja, richtig. Alter, mach mal überspringen. Warum? Die ist witzig. Dauert zu lange. Oh, nochmal. Nochmal überspringen. Nochmal. Nochmal. Oh, das geht oben von unserem Platz. Lassen wir das. Überspringen. Nein, jetzt lass mal. Okay, die letzte Bahn. Nein, jetzt die Bahn. Nein, die Scheiße. Guck mal. Ich hab gar keinen Durchblick. Ja, okay. Die spielen wir jetzt noch. Mach zu Ende. Die geht's schnell. Nein. Na? Neue. Hä? Hä, 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 hä? Hä, hä? hab ich das versucht hast du der war bitter so geht dann wieder den boss macht ich bin ja ja ganz tolle endphase jetzt bleibt da bleibt da ja nochmal anlauf nehmen weiter anlauf nein 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 zu weit scheiß jetzt wird es brutal hier weg ich den punkt nein nein das war überhaupt das war wie wenig ansprung man nehmen alter perfekt alter was lernt was lernt man daraus ich kann gut mit obwohl ich das spiel ich hasse mini golf insgesamt naja was gibt es ich kann man also spaß gebe ich so neun ja schön in den schritt schreiben in den schritt schreiben genau dafür haben wir den also spaß 9 das war eher was mit alkohol der macht dann ist man irgendwie voll weg und aufbau aufbau gebe ich sechs punkte ja also bewertung ist eigentlich recht gut für ein browser 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 spiel also wenn wir das jetzt auch browser stand gegen mich auf die anderen spiele standard hat das so ein durchschnitt für mich von vier von zehn gelingen aber das ist halt jetzt wie ich das so fand den aufbau wird sich die arenen sind ein bisschen herausfordernd ab und zu und man hat 1000 einstellungsmöglichkeiten wie die bahn sein sollen kurz lang verwinkelt konnte ich einstellen und ist einfach eigentlich recht geil für so ein browser geld zum witziges was man mal zwischendurch spielen kann wenn man spaß so ist deswegen gebe ich auch neun punkte für spaß und sieben aufbau ich finde das kann man halt nur hier noch schöner machen das alles hier halt den chat und so das kann man noch schöner machen aber sonst ist eigentlich alles ziemlich geil an dem spiel so für zwischendurch ja wir sagen bis zum nächsten mal ne ja ja tschö